ding 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 boah ist es warm genau ich bin gestorben wieso bin ich eigentlich zum zweiten mal gestorben so die brennen jetzt alle schön das erfreut mein gemüt ich hoffe der creeper bleibt da unten so hier habe ich das ein bisschen ausgebaut warte mal ich hab da was blödes gemacht so jetzt eine hitze und hut und schild gold schwert und ich war eigentlich dabei aber genau was abzufarmen es fängt schon wieder an mann ich war fast level 30 frustrierend was sind das? ach das ist gut naja auf jeden fall da war ich dabei irgendwie holz abzufarmen und dann bin ich wollte ich zurück und ich wurde natürlich im kampf von dem creeper hinterrücks angegriffen und da ich die expression nicht geblockt habe wurde ich natürlich in zwei millionen teile zersprengt das war jetzt sehr ungünstig und dann habe ich aufgehört weil ich frustriert war ein apfel habe ich eigentlich noch platz im inventar? ja habe ich was meinst du mit spielinhalt wechseln? titel habe ich schon muss doch platzieren glaube ich aber bei mir ist das schon schöne neue welt 7 minekraft aber danke trotzdem für den hinweis das halt bloß bei twitch dass der das nicht automatisch aktualisiert ja so will ich das haben dass die musik dauerhaft läuft aber jetzt wo ich sage könnte ich wetten dass der track gleich zu ende ist weil das schon so leiser wird dann war es das und diamanten baue ich immer noch ich habe immer noch keine diamanten gefunden wie viele stacks habe ich schon? 2 und das andere? 24 dann mache ich das hier noch voll und dann gehe ich wieder zurück dann gucke ich nach wie ich die brücke bauen kann obwohl ich eigentlich nicht die brücke brauche ich brauche erstmal felder ganz viele felder ach wie warm du arme sau du hast ja ein dachgeschoss hast du oder? chicken wahrscheinlich schreibt er gleich ja oder schreibt gar nichts leider nicht da würdest du jetzt frittiert werden wenn du eine dachgeschosswohnung hättest interessanter baum was habe ich noch? 2 warte mal pete habe ich ja nicht dabei ne warte mal äpfel mag er äpfel? magst du äpfel? ne mag er nicht Mist also ich finde hier die gegend echt cool also ich habe eine super aussicht ich habe gleich ein ein sumpf nebendran unten drunter hatte ich die mine da habe ich gebirge und da irgendwo in die richtung habe ich pilzgepflechte also ähnlich richtig schön mittig und hier alles schön flach also ich werde das wahrscheinlich alles bebauen zumindest ist das der plan ob das auch passiert weiß nicht eigentlich wollte ich den stream beenden scheiße ich habe keinen neustart gemacht ne ja ok muss ich das halt schneiden so das hat noch zeit zum abernten das aber nicht ganz viel zucker ganz viel zucker ganz viel zucker so holz hier mache ich den weg dunkeles holz herrtes holz ich weiß nicht ups das wollte ich nicht naja gut ähm hm ich verstehe das erstmal so also zucker kommt auf jeden fall hier in die erzeugniskiste genauso wie die ganzen samen das ist und das ist lebensmittel das kann ich einfach essen das habe ich hier rein das war im ofen das brauche ich für die gehege brauche ich für die gehege was brauche ich noch für die gehege das brauche ich noch für die gehege dann erweitern wir das gleich mal ich brauche dann direkt ganz ganz viel dreck da haben wir ganz viel dreck also holz holz sand würfel 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 weg 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 So, und jetzt muss ich das erweitern irgendwie, ne? Boah, ich hab keine Ahnung, ob ich das richtig mache, aber ich versuche es einfach mal. Ich meine, ich kann ja sonst unter dem Ding irgendwas bauen, ne? Weiß ja nicht. Das ist halt ja relativ ungünstig, weil ich dann direkt unter dem Ding ist ein Monster-Spawner haben, aber ich könnte mir theoretisch auch... ...ein unterirdischer Stallbaum? Ne, ich weiß es nicht. Wie soll ich es denn machen? Ah, mir wird schon mal was einfallen. Ausatmen. Ausatmen. jetzt wieder dunkel supergeile scheiße jetzt erstmal alles in würfel machen hier im quadrat meine ich im viereck tatsächlich dass die trick nicht ausreichen das wahrscheinlich alles nur direkt dass ich durch irgendwelche explosionen oder sowas aufgesammelt habe also besonders viel ist das nicht ich brauche lampen damit man hier oben export obwohl die creeper ja anscheinend überall spawnen können diese arschgeigen vielleicht mache ich aber auch sogar ein zweistöckiges gehege das ja meine sache die war eigentlich nichts das dagegen sprechen würde meiner meinung nach ich glaube das ist jetzt knapp mit dem mit der menge als piste sonne ich dachte etwas gehört ich habe was gehört ja scheiß endermans es reicht okay also ja ja Wer ist? Reißen die Freiheit aus, bevor ich hier fertig bin, hör auf, renn bloß nicht weg, renn bloß nicht weg. So. Da sind mega viele Creeper halt da unten. Nicht, dass mir einer hinter mir hinten am Arsch spawnt. Ich werde echt sehr verärgert. So. 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 Vielen Dank. So, also jetzt ist die Fläche halbwegs beleuchtet. Ich stelle mal ein paar Fehler auf. Ich kann es kaum erwarten, bis ich mal die Lampen kriege, weil ich finde, dass die Fackeln echt scheiße aussehen. So, dann kann ich jetzt dieses Gehege auch aufmachen. Kommt durch, meine Kühe. So, Holz bräuchte ich mal. Warte mal, habe ich Heu? Ne, habe ich nicht. Ne, da habe ich Heu. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Macht Liebe, macht Liebe. Was er so braucht hier. Na, ist es nicht. Eigentlich ist es nirgendwo erlaubt, glaube ich. Wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich sein muss. Fressen die das? Ja, die fressen das gar nicht. Ja, die sind ja behindert. Gott, das sind so viele Tiere noch. Gott, das sind so viele Tiere noch. So, jetzt bräuchte ich Holz. Zum Aufsperren von dem Gebiet hier. Verpiss dich. So, dann machen wir das. Dann machen wir noch ein Licht hier rein. Nicht, dass wir hier auch noch was bauen. Raus! Was ist meine Erwohnung? Ah, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich? Wolle, wieso nicht? Für den Boden. Graue Wolle brauche ich, okay. Mal schauen, ob ich das Item wieder finde. Die Schere, die Schere, die Schere. Da haben wir sie. So, ich kann nicht scheren. Ich muss auf jeden Fall irgendwas finden, womit ich dann die Schafe irgendwo anders hin denken kann. Das ist, glaube ich, ziemlich mittig. So, ich kann nicht scheren. 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 Okay, also dann mache ich dann die Trimpe nach unten. Ist das eine Frage? Also ich weiß ja echt nicht mehr, was die alles brauchen. Ich habe das total vergessen. Oh, da kann ich noch eins scheren. Noch irgendwas? Oh, da hinten. Lass mich durch! Ich habe hier halt kaum Platz. Deswegen muss ich die... Raus aus meiner Wohnung! Hopp! Ich habe rausgesagt. Ich brauche eine Tür. Ich brauche Glas. Stimmt, Sand hatte ich vorhin gefarmt. So, Wolle habe ich jetzt gefarmt. Das ist eigentlich tierischer Ertrag. Also habe ich das. Das ist pflanzlicher Ertrag. Also habe ich das in die andere Kiste. Nein. So, also Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Das sind die Blöcke. Die kommen hier rein erstmal. Und äh, ich weiß noch nicht, wo ich... Okay, bis habe ich mal hier rein. Fisch habe ich mal hier rein. Ah, ja. Ist ja Trager soll ich auch hier rein. Moment, was sind dann die anderen Eier? Habe ich kaputt gemacht? Ah, ne, die sind in der Hühner in der Hühnerkiste. Stimmt, ich habe in der Hühnerkiste. So, lass mich durch. Ich muss die Hühnerkiste. Oh Gott, ist das ein Chaos hier. Habe ich Samen dabei? Nein, habe ich nicht. Ah, ein Chaos. Und ein Kieper. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Haben die es nicht jetzt alle gepaart? Ähm, na jetzt werde ich hier umzingelt von irgendwelchen Scheißviechern. Was wollte ich machen? Eigentlich will ich die alle weglenken. Ah, also muss ich erstmal gucken. Ich muss erstmal gucken, wo, was die Schafe denn futtern. Craft. Futtern. Futtertrog? Tiere züchten Minecraft. Nein, doch nicht von Chip. Scheiße. They won't stop breeding. Notch, erst das Bild zur Viehzucht. Ist das ein geiles Bild? Ähm, okay. Was ist das mit Jungtiere eigentlich? Ferkel, Lamm, Küken, Kalb, Babyfuchs, süß. Äh, Fohlen haben, anders als andere Jungtiere im Verhältnis zu Jungkörper, normal große Köpfe. Ich brauche den Unterschied zwischen Schaf, okay, Weizen, und Kuh, Weizen, das ist schlecht, weil das heißt, ich kann die da nicht trennen. Außer, ich töte sie einfach. Hm. Ich mache mir einen Strick? Ne, ich mache mir keinen Strick. Die Tiere sollen sterben, nicht ich. Ah, ich weiß, was du jetzt meinst. Keinen Strick, ne Leine meinst du. Ich mache dir einen Strick. Was für ein Satz. Gott, das ist so viel los hier, ne. Vor allem sind die alle auf der falschen Seite. Oder ich mache das so über mein erstes Mal. Ich schlachte alles wieder ab, weil eigentlich... Na, ich schlachte alles ab. Ich packe hier Fleisch. Du bist als erstes dran. So. Glas. Oh, neue Rezepte. Nice. Also, Schwert, Schwert, Schwert. Die Wolle haue ich hier rein. So eine Schere habe ich. Holz rein. Habe ich noch einen Block? Nee, da habe ich irgendwas unnütziges Zeug. Das, das. Den Rest brauche ich eigentlich. Ich komme mir vor, wie ich so ein Rasenmäher. Pos bitch mal. Okay. Alles. Du bist strategies active. Ich persönlich war ja. So. Was. Zack. Boom, bang. Ne, ist nicht mein Vater. Ich bin gerade beschäftigt mit die Kuh töten. Ich weiß jetzt einmal noch nicht, was ich aus dem Leder machen kann. Das ist halt eine Problematik. Die Schalter gehen ja sauschnell kaputt, wenn ich Tiere töte. So, kleine Kuh, kleine Kuh. Einen Schaf brauche ich. Ne, ich brauche sogar alle drei. Perfekt. So, Beizen. Kommt mal mit. Wie mache ich das jetzt am besten? Ganz viel Mäh. Hm, lecker, lecker, lecker Schmecker. Warte mal, genau. Ich nehme mal Leder mit, weil... Keine Ahnung, ob das angezeigt wird. Ah, so. Oh, Lederhaus. Ja, warte mal. Sicher nicht produzieren. Ich wollte es mir nur angucken. Mensch. Hm. Cartography Table. Hä? Was gibt es so viele Items, mit denen ich nichts anfangen kann, ne? Ne, da riechst du. Eine Uhr. Könnte ich theoretisch gebrauchen. Habe ich hier Gold? Ne, habe ich nicht. Habe ich hier Gold? Ja, habe ich. Was brauche ich noch? Dieses rote Zeug. Leder habe ich hier rein. Ne, warte mal natürlich nicht. Ich haze hier rein. Das habe ich hier rein. Fleisch, Fleisch. Samen. Weizen. Zack. Und eine Uhr. Muss ich die rausführen, um zu wissen, wie viel Uhr es ist? Ich glaube nicht, oder? Ne, muss ich nicht. Okay, perfekt. Ja, wundervoll. Da weiß ich immer, wie viel Uhr es unten ist, wenn ich in der Mine bin. Was zu essen bräuchte ich jetzt immer noch. Und weizen, zur Reproduzierung. Also, ich glaube nicht, dass ich die teile, dass ich die aufteilen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Müssten wir dann von außen was reinbringen, aber... Hm, ich wüsste nicht wie. Ich wüsste wirklich nicht wie. Wie kann ich die nur aufteilen? Ich kann es probieren. Ja. Aber ich habe dann festgestellt, dass es praktisch ist, zu wissen, wann Tag ist und wann Nacht. Damit man weiß, wann ich wieder zu Tage kommen kann. Und jetzt ist eigentlich Zeit, runterzugehen. Aber ich habe ja die Mine ja bereits durchgeguckt. War selbstverständlich, dass das passieren musste. Dass ich der Einzige bin, der da runterknallt. Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. Ne, will ich nicht. Ich werde jetzt erstmal schlafen. Das Schwein bräuchte ich auch noch. Dafür bräuchte ich aber rote Beete. Die bräuchte ich mir jetzt. Du bist ja ein Sack. Was sind die Kerner für die rote Beete? Wo sind die? Ach, scheiße. Der Winter ist voll. Okay, äh, was haue ich denn raus? Knochen brauche ich nicht. So, also hole ich mir nochmal ein Schwein. Da ist ja schon einer. Das Schweinefleisch brauche ich auch ganz viel. Komm, hopp. Das weiß ich ja. Aber mir fehlt das andere Zeug für die Beete. Diese komischen Spitzen. Zumindest habe ich nicht viele davon. Habe ich das Tor? Ne, habe ich nicht. Na gut, dann mache ich hierzu. Dann brauche ich noch ein Tor. Da brauche ich noch ein Tor. Da brauche ich noch ein Tor. Mal schauen, wo gibt es denn die Tore? Wo habe ich die denn hingetan? Ich brauche doch viel dunkles Holz. Sehr, sehr dunkles Holz. Dann müsste ich aber das Gehege zurückerst einmal reintun. Axt nehmen. Noch mal eine Axt, noch mal eine Axt. Und zum Sumpf laufen. Na guck dir das mal an. Schönes Feld. Karotten. Ja, Karotten habe ich nicht. Die habe ich bis jetzt auch gar nicht gefunden. Die Karotten. Ich glaube, das ist ganz dunkles Holz. Oder kann das sein? Oder ist das normales Holz? Oh, klok. Ich weiß es nicht. Ist das normales Holz? Ja, scheiße ist es. Ne, ich brauche keine Eiche. Ich brauche irgendwas dunkleres. Was ist denn? Was ist das für ein Geräusch? Oder ich nehme mir zwei von den Schafen und sperre sie woanders ein. Könnte ich ja auch machen. Ja, jetzt habe ich natürlich die. Garten-Dinger nicht dabei. Ein Ratscher wieder echt. Warte mal, wie mache ich das jetzt am besten? Ah, ein Tag heute echt. So, kommt mal mit. Kommen wir hier rein. Hopp, hopp, hopp. Weiter rein, weiter rein, weiter rein, weiter rein. Das ganze Plan geht nicht auf. Hier hoch. Okay. Donner geschafft. Ja, alles klar. So, die haben wir jetzt keine Schäfchen. Das heißt, ich kann die anderen Schäfchen abschlachten. Sorry. Habe ich ein Schwein schon reingeführt? Ne, noch nicht. So, Eisnime habe ich nicht dabei, ne? Scheiße. So, Kürbis, Eier. Ne, warte mal, Eier sind für die Eier, äh, für die Hühnerkiste. Samen, Weizen, dieses komische Zeug. So, wo sind hier die Schafe? Also erstmal die Schere und dann die Axt. Ist hier noch eins? Ne. Dreck habe ich ja keins mehr. Hm. Na gut, die habe ich halt halbwegs eingesperrt, ne? Das ist... Ich brauche aber das dunkle Zeug. Was war das nochmal? Habe ich noch was davon? Ne, habe ich nicht. Was war denn das für ein Baum? Sind das die Bäume? Au. Was ist denn das? Ich glaube, das da hinten ist relativ dunkles Braun. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube aber nicht. Na, ich glaube, das ist ein normaler Baum. Ganz normal wie jeder andere. Ja, auch. Brauche ich nicht. Ich brauche nicht auch. Ich brauche was ganz dunkles. Na ja, schauen wir mal nach, was auf dem Berg so ist. Genau. Was essen sollte ich auch mal? Interessant. Oh, eine Höhle. Die mich aber nirgends wohl hinführt. Außer zum Tod. Cool. Vielleicht finde ich irgendwas, wenn ich da auf dem Berg da hochgehe. Oh, da ist schon mal Schnee. Oh, das ist ganz schön hoch. Ich gucke immer so komisch zur Seite, weil ich Bewegungen im Chat sehe. Und das ist dann meistens dummerweise mein Streamlabs, das alles zu spammt. Ist auf den Höhen eigentlich irgendwie was anders als sonst? Könnte ich irgendwas Bestimmtes finden? Ganz schön hoch. Moink. Sollte mich eigentlich auch nicht verlaufen. Nein, ich brauche den Kompass. Vor allem Schafe hier oben. So ein Bock wäre cool. So Ziegenböcke. Das sieht aus wie sehr dunkles Holz. Wie viel Platz habe ich noch? Ein bisschen. Ich muss mir nur merken, dass es in die Richtung ist. Ich muss mir nur merken, dass es in die Richtung ist. Ja, genau das brauche ich. Genau dieses dunkle Holz brauche ich. Ist halt nicht besonders gucke, hier im Dunkeln durch die Gänge zu rennen, ne? Fällt mir gerade so auf. So ganz nebenbei. Okay. Oh, komm. Ah, shit. Ich brauche die Tore, damit ich die Tore besser sehe. Weil mich nervt. Ich kann nämlich die Tore nicht von den Zäunen unterscheiden, wenn das das gleiche Holz ist. Also ich sehe das relativ schlecht. So, das reicht. Also ich muss in die Richtung. Naja, da rennen wir schon hinterher. Okay. Neh, nehme ich Fischies mit? Ne, ich nehme keine Fischies mit. Also ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Ich werde es ja gleich herausfinden, wenn ich da auf der Spitze bin. Ob ich dann überhaupt mein Haus von der Fernsehe sehen kann. Eine Karte könnte ich auch ganz gut gebrauchen. Fällt mir auch gerade ein. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich mir noch etwas nicht mehr finden werde. Ziemlich gut. Du hast doch gar keinen Hartz-IV-Laber, doch keinen Mist. Natürlich bist du in Österreich. Du hast doch was anderes. Hilfe. Au. Schmerzen. Oh, scheiße, Mann. Ich habe echt das Gefühl, ich laufe hier komplett falsch. Ach so. Ich habe es gefunden. Ich bin verpissig. Ich bin verpissig. Gibt es da Wasser irgendwo? Selbstverständlich nicht. Ich würde wahrscheinlich Fallschaden verwecken, wenn du mich schubst. Ah, ja, ja, ich höre Ihnen das ganz knapp hinter mir. Das sieht eher aus wie eine Landeplattform für irgendwelche Raumschiffe, als wie ein Bauernruf. Platz. Hey, hey, hey. Ich bin nicht der Einzige, der hier im Fallschaden verreckt. Sehr gut. Zauberer, die sind ganz gefährlich, ne? Die kenne ich noch, die Wichser. Die Zauberer, die kenne ich noch. Ich habe mich nicht gesehen. Ich traue das ein, Klick allein. So, ah, so das da. Spruce. Shit. wie war das ich glaube ich warte mal ich brauche stöcke oder was ist das das ist andersrum dann was ist das wie mache ich denn am besten das ist das dingehege das schweinegehege ist das hier also mache ich hier noch eine tür rein du bleibst draußen das ist verbunden deshalb verbunden dann habe ich da hier noch eins rein verpiste ich dann ist das hier auch verbunden ach komm und dann noch noch hier eins ja ich glaube der wird mich durch rennen doch nicht so dann bräuchte ich eigentlich die dinge dabei ist aus und kürbis kommt dann darunter hätte ich jetzt mal gesagt heute hat eigentlich nichts zu suchen so dafür bräuchten einmal das ganze schrott kann ich hier einschmeißen wo le wo le wo le wo le wo le ko le wo le das rein nein das brauche ich das war so genau gut dann habe ich schon mal den boden hier das ist ja schon mal toll mein rücken ähm 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 essen gekocht brauche ich mal brauche ich mir das mal rein so und ich brauche dann die absperrungen und die axt das ist gut so dann mache ich das gehege für die für die scharfe ringgröße am besten von außen ja jetzt ist der kürbis so im arsch aber gut ach kommt das ist wohl nicht euer ernst jungs ah fuck fuck oh der hat mich erschrocken mit ihm habe ich nicht gerechnet mhm verreckt doch so schön an ihm äh äh knapp Warte mal, brauche ich gar nicht. So, gut. Dann kann ich die Scheiße hier abbauen. Oh nein. So, wenn ich nicht in seiner Sichtweite bin, ist alles gut. So, der frisst alles weg. Das Wasser nehme ich mit. Ich habe natürlich meinen Eimer vergessen. Ja gut, dann mache ich es halt einfach zu. Wo ist mein Dreck? Und das wird irgendwann nachwachsen, oder? Gehe ich mal auf nochmal was. Und was brauche ich nicht? Den einen Samen hier. So, und dafür brauche ich Licht. Und dann haben wir schon mindestens alle Grundnutztiere, die man so gut gebrauchen kann. Will ich jetzt mal sagen. Also, da wechselst du schon nach. Perfekt. Das heißt... War ich noch irgendwas zum futtern? Ne. Verpiss dich. Ihr denkt das aber nie. Nicht mal Schweinefleisch hat er gegeben. So. Rein, rein. Rein. Wolle. Kann ich scheren inzwischen? Ja, kann ich. Ich würde aber auch gerne weiter reproduzieren lassen. Und zwar brauche ich Weizen dafür. Wage es nicht. Macht Liebe. Ich bräuchte mal ein schwarzer Schaf. Oder mal andere Farben. Ich weiß gar nicht, ob ich dann nur noch graues Zeug kriege. Was so stimmt. Kommt her. So Dreck habe ich ja immer noch nicht. Brauche ich eigentlich Dreck? Oder kann ich das auch Holz machen? Aber aus Holz brauche ich halt ewig viel Holz. Ja, ich glaube, ich fahre erstmal das Ding da ab. Ich bräuchte auch mal einen Werkzeugkasten. Was ist denn nur für Werkzeuge? Oder eine Werkzeugkiste, besser gesagt. So, Sonderschmarrn kommt hier rein. Sonderschmarrn, 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 Sonderschmarrn. Tierisch. 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 Tierisch ist, ne, lasse ich nicht zählen. Das, 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 das. Gut. Tierisch. Ich glaube, das auch, das auch. Oh, ich habe geplatzt mehr. Blöcke. Block, Block. Block. Wolle nehme ich mit. Wolle, wolle. Ist das, was wolle? Wolle. Okay. Huhn. Essen. Also, Huhn ist das Zeug. Und das ist Essen. Hi, Lügen machen. Hallo. Ähm, warte mal. Ich habe hier ja das rein, das hier rein. Essen ist, brauche ich noch. Könnte ich noch gut gebrauchen. Schild nehme ich mal mit. So, was haben wir hier? Also, Schwert brauche ich jetzt. Diese Hose. Ich weiß immer noch nicht, wie die auf Deutsch heißen. So, das war's. Also kann ich alles ab. Ja, ich spiele Singleplayer. Leider kein Multiplayer. Also, leider im Sinne von, äh, ich habe momentan nur Lust auf Singleplayer. So, mal gucken. Da zieht's. Ah, fuck, alter. Boah, wieso? Komm, diese scheiß kleine Wicht und nervt mich. Und wieso erwische ich die nicht? Oh, Gott. Der hat mich ja echt zu Tode erschrocken gerade. Ich bin gespannt, wie viel ich danach am Ende gesammelt habe. Ich meine, es waren nicht alle zu Ende gewachsen, aber den Verlust, den ich hier machte, der ist ja absolut, kann ich absolut in Kauf nehmen. Ja, am Ende ist der Event, ist mein Inventar voll, könnte ich fast schon wetten. Ich bin gespannt, wie viel das ist. Wie kommen wir denn's Hilfe? Boah, schon sechs Stunden macht. Uff. Komm, ich hab's gleich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert mit Nahbauen tatsächlich. Ich müsste mal ein automatisches System bauen, aber ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ich glaub, mit Wasser funktioniert das ganz gut, wenn ich mich nicht ganz täusche. Boah, fast voll. Okay. Anpissen? Was will ich anpissen? Ach so, Weizen abbauen. Durch anpissen. Vielleicht funktioniert das, ich weiß nicht. Das könnte gut sein. Vielleicht solltest du das mal davor schon schicken. Okay. Okay. Ich finde, das macht irgendwie einen geilen Beat. Also, ich kann das jetzt nichts werfen oder irgendwas machen, aber ich finde, das hört sich nicer. Zumindest besser als das, was momentan teilweise im Radio läuft. Oh, shit. Wo bin ich denn fertig? Oh, wow. Ich hab grad mal die Hälfte besät. Besamt. Okay. cido ok, bis jetzt. Und. Ei, ich bin, ich bin da aufgeledar. Ich bin da aufgeloker. bis jetzt ber Fre Kanye. bin da aufgelöst. healthy. glBjib hier года. Tapi ich bin da aufgelöst. Uns ist schon mal was gewachsen, wenn ich hier fertig bin. Ne, noch gar nichts. Also ein bisschen größere Samen, aber ich habe mega viel Weißing gemacht. Hier werde ich hier irgendwann mal was anderes pflanzen, wahrscheinlich Blumen oder irgendwas. Hey, mein Depuff ist weg mit den komischen Viechern. Okay, jetzt habe ich halt mega viel. Sehr schön, wenn wir brav Eier machen. So, da schmeiße ich mal ein paar Samen rein. Die Eier natürlich. Ähm, die habe ich jetzt genug Weißen. Komm mal her, Gefolgsleute. Toll Enderman, super. Habe ich Rote Beete? Nö, habe ich nicht. Raus da. Jetzt habe ich ein bisschen viel Weißen gemacht. Und sagen wir mal Kochzutaten hier. Also kochen, 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 kochen. Jetzt kann ich halt jetzt nicht kochen. Fleisch, Fleisch, Zucker, Fisch. Beethut, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht was das auf deutsch heißt. Pilze, Zucker, Zucker. Was komisch, kann ich noch kochen? Damit, 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 Pflanzen, damit, Fleisch. Und die Samen haue ich wieder hier rein. So, also die Kochzutaten hier. Koch, Koch, kochen, 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 kochen. Hier haben wir das Glas. Ich mache hier rein. Das ist das Kochzutat. Und das kann man essen. So, da ist noch genug Kohle drin. Da schmeiße ich noch mehr Kohle rein. So, wieder raus. So, wir machen jetzt einen Zweistockofen. Zwei-Stockofen. Ja, wir machen es wie in der Pizzeria, komm. Mache ich was mit dem Schwert kaputt. Ja, was meinst du? Wusste ich was? Dirty Harry? Hä? Ich kann wieder mal nicht folgen. Ich kann wieder mal nicht folgen. Okay. Und dann bräuchte ich... ...hier noch oben. Für mein anderes Zeug. So wie Glas, was weiß ich was. Haben wir noch Sand überhaupt? Ne, haben wir nicht. Okay. Also langsam nimmt das hier alles Form an. Aber das ist ja eh nur meine Gerätekammer. so. Für meinen Bauhof. Ich meine mein echtes Haus, das wird dann später da hinten gebaut. Äh. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Hier rein. Das ist Schrott eigentlich, schmeiß ich mal hier rein, das ist ein Block, das schmeiß ich mal hier rein. Habe ich hier noch irgendwas, was ich rausnehmen kann, was ich in was anderem reintun kann. Das ist ein Produkt, das ebenfalls, das ebenfalls und das ist eine Blume, das kommt eh rüber. Kartographie Table, Papier, wie produziere ich es im Papier, was, Red Bad, Black Bad, ja, wirst du den Unterschied? Kompost, Komposter, ey es gibt so viel Zeug, ich habe keine Ahnung wofür das Pumpkin Pie. Ah ja, habe ich sogar die Zutaten. Das kommt dann von oben angefetzt, oder? Wo ist denn der? Ich habe es gewusst. Ah, mein Gott. So, Eier, Zucker und Kürbisbräuch. Ah ja, Zucker ist wahrscheinlich nicht hier, Zucker ist ja was zum Kochen, also muss es hier sein. Und Kürbis. Die Zutaten macht mich das. Ganz schön Zutaten scheinbar. Okay. Ja, dann produziere ich einfach mal ganz viele davon, hätte ich jetzt mal behauptet. Ich meine, für was anderes brauche ich ja das Zeug eh nicht. Ne? So. Hallo Freddy. Ah, meine Beine. Ui, 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 ist das nicht jetzt? Boah. Äh. Jetzt kann ich noch kochen. Brot. Brot. Wo habe ich Weizen? Weizen war... Warte mal, damit kann ich kochen, sonst muss ich es hier haben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, Brot, 65. Hey, Falke, auch schon lange nicht nur gesehen. Ja, alles gut bei selbst. Oh, Gott, ist das nichts. Immer noch. Warte mal, habe ich da Weizen gesehen? Ja, habe ich. Mann, ich muss herausfinden, was es noch für Behälter gibt. Weißt du was? Ich mache weitere 64 Brote. Ich meine, Weizen brauche ich für sonst nichts. Außer für Kuchen. Brote. Ja. Dann mache ich mal lieber was zu futtern. Achso. Ja, manchmal muss es sein. Man muss ja nicht immer kommunikativ sein. Ähm. So, Fleisch. Das koche ich, das koche ich, das. Ne, das kann ich nicht kochen. Obwohl, ich nehme es mal mit. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Und nochmal Fleisch. Kann ich hier was machen? Mushroom Stew. Nee, scheinbar nichts Besonderes. Speedroop Soup. Warte mal. Suppe kann ich hier erstellen. Ich weiß nicht, dass ich irgendwann mal genau die Dinger gestellt habe. Wie geht das mit Stew? Da ist es. So, dann habe ich das auch gekocht. Ab damit hier rein. Ja, ich habe auch sehr, sehr lange eine Pause gemacht. Und gestern habe ich dann Gegner gesehen, die ich zum ersten Mal hatte. Und ich habe mich fast eingeschissen vor Angst. Aber ich spoiler mal nicht. Der Chicken hat das mitgekriegt, was das war. Der darf spoilern, wenn er will. So, hier Holz mal ein bisschen Ordnung schaffen. So, machen wir das so, damit es sich alles zusammentut, wenn ich das wieder reinballere. Gut, dann habe ich nämlich die größtmöglichste Stacks. Ja, einfach mit einem Eimer Retzkirk auf die Kuh. Das habe ich schon gemacht. Da habe ich auch sogar einen Kuchen. Ja, Kuchen. Aber, ja, ich bin noch am Rezepte irgendwie raussuchen. Was ist das? Farbe, oder? Ja. Item Frame. Ach so, immer das in der Mitte, oder? Und dann die Stöcke drum. Ist es das? Funktioniert es so? Oder habe ich es falsch in Erinnerung? Stab, 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 stab. Nee. Ich brauche wirklich Leder. Upsi, ups. Da muss ich hier ran. Leder. Aber ich habe vergessen, wie ich da das Item zu ordne. Und Leder. Hier sind ja meine Hühner Ressourcen. Wahrscheinlich mit dem Ei Resskirk drauf, oder? Oh, ja. Schön. Ich habe meine Hühnerbox gemacht. Okay. Apropos Hühnerbox. Samen. Ich will die mal süchten. Du kriegst, du kriegst du, 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 du und du. Nochmal ein Ei. Perfekt. Ja, also wenn es noch mehr Hühner werden, ist es auf jeden Fall keine Biolandhaltung hier. Die Kühe haben es noch halbwegs gut. Die Schweine sowieso. Schweine haben es immer gut. Und Schafe bräuchte ich mal ein bisschen Diversität. Jetzt haben wir, wir haben hier ein kleines Rassismusproblem bei den Schafen. Es sind alles nur graue Schafe. Das ist nicht gut. Wir müssen mischen, 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 mischen. Was brauche ich für die Schafe? Weizen, ne? Ah ja, genau. Kochen wollte ich auch noch. So, das. 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 Und Fisch. Warte mal, die Schafe. Genau, ich wollte andere Schafe locken. Dafür brauche ich Weizen. Weizen kriege ich hier. Warte mal, habe ich eine Axt? Ne, ich habe keine Axt. Weil sonst komme ich durch das Holz nicht gleich durch und dann habe ich Probleme. Und die Absperrung bräuchte ich auch. So, und hier wo eine Axt? Naja, stimmt. Die können das ja durch die Wand riechen. Hatte ich vergessen. Was ist das denn? Was zum Teufel ist das denn? Was macht denn der hier? Sperrzone. Wie hat denn der das geschafft? Kann ich mit dem reden? Oh, ich kann es auch mit dem handeln. Ich weiß halt zwar nicht, wofür Emeraldes sind, aber Blue Eyes habe ich nicht. Light Blue Dye, Grey Dye, Pumpkin Seeds, Oxide Daisies. Warte mal, warte mal. Hey, 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 bleib doch stehen. Jetzt habe ich Außersehen. Alter, was ist denn los mit dem? Wie soll ich bitte mit dem reden? Warte doch. White Dye und diese Daisies. White Dye und die Daisies. Ja, ich habe keine Ahnung, was da kann. Also White Dye habe ich ein paar. Das weiß ich. Oxide Daisy? White Dye weiß ich nicht, wie ich das kriege. Wahrscheinlich, wenn ich weiße Blumen zerstampfe oder irgendwie was. Also wird es das sein? Blaue Farbe war das, glaube ich. Und dann dieses komische Zeug, das ich mal gekriegt habe von einem Mob. Light Grey Dye. Bone Meal. Blue Dye. Keine Ahnung, ich gucke mal nach, ob ich damit mit dem handeln kann. Ich weiß ja nicht, was er hier verloren hat, aber gut. Aha, ja. Aha. Das habe ich mir auch gedacht. Warte, bleib stehen. Eine Hölle. Bleib halt stehen. Okay. Okay. Achso, ich muss die da reinsetzen. Ne, warte mal. Ah, du willst mich verarschen? Der gibt mir für... Achso, das ist das, was er will für das, was er... Ne, kannst mich mal am Arsch lecken, aber richtig fett kannst mich am Arsch lecken. Wo ist mein Schwert? Ich will die Gamas. Die hast du mir gebracht, alsobald ich sie. Ha, 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 ha. Au! Du... Du bestück. Stirb! Na, der will nicht, der Meralt. Das ist mir sicher, was er wollte, weil er tot. Hm. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Handelsangebot, was er mir da unterbreitet hat. Jetzt sind die auch immer noch alle grau, stimmt. Ich wollte jetzt eigentlich neue Schafe holen. Was machst du denn da? Hör auf zu brennen. Hör auf mich anzustecken. Au! Ich weiß immer noch nicht, ob das Schütteln was bringt, wenn man brennt. Ja, super. Aber schön, dann habe ich wieder eine neue Mechanik kennengelernt hier in dem Game. Also ich wusste nicht, dass es wann dann der Händler gibt. So. Tierisches Produkt hier rein. Pflanzen rein. Samen auch rein. Glut auch rein. Lied. Also das ist wahrscheinlich das, was ich eigentlich vorhin gebraucht hätte. Dieses komische... Äh, die kleine da. So, jetzt brauche ich Schafe, die bunt sind. Das ist schon mal ein weißes und ein schwarzes. Das ist perfekt. Sackgesicht. Wahrscheinlich wünscht der wäre ein Sackgesicht und hätte ein bisschen mehr Haut. Kann ich die einfach ziehen, ja. Das sind ja mega wie die Schafe. Das machen wir in die Mühe und gehe so weit weg. Du kommst auch mit. Das nehme ich in Kauf, wenn ich schlechtes rum habe. Ach, jetzt muss ich auch so rumlaufen mit denen, ne? Jesus Christus ist echt. Ja, na super. Kommt rein, bevor die scheiß Hühner rauswenden. Vor allem du, du, du bist scharf. Toll. Oh, nee. Bitte. Ja. Ja. Okay. Raus. So, habe ich die Beat Roots dabei? Ne, habe ich nicht. Aber ich habe die Leinen dabei. Du und Du, hier kommt mit. So, hier hatte ich noch einen Huhn irgendwo. Wo ist denn der? Wo ist denn der hin? Da. Du kommst mit. So stark, wie ich es je will. Ersteckt nie. Ersteckt nicht bestimmt. Nein, nicht die Kuh. Nein, nicht das Huhn. Nein. Hört auf. Ah, hört auf. Die Hölle. Verpiss dich aus dem Scheißgehege. Du auch. Du hast recht. Ich bin überfordert. So, ihr dürft euch zur Belohnung vervielfältigen, damit ihr geschlachtet werden könnt. Hier auch gleich. Aber warte mal, da kann ich Weizen reintun. Dann habe ich ein Futterdruck für alles. Ja, Weizen, 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 Weizen. Nicht hier, sondern da. So, komm mal mit. Ja, will ich aber nicht. Da muss ich ja ewig viel rumlaufen. Ich habe ja jetzt schon Platzmangel. Ich meine, das ist ja eine gute Idee, aber ich kann es nicht umsetzen. Oder will es nicht umsetzen. Ach, seht ihr, wir sind die gerade getrennt. Ich hätte ja auch einfach alle reinschmeißen können, tatsächlich. Ich glaube, das hätte jetzt nicht so viel Unterschied gemacht. Oh, scheiße, mein Pizikon kommt. Ich komme hinterher. Das sind nämlich echt ganz schön viele Kühe. So, das schmeißen wir hier rein. Verpießt euch doch. Weg. So, da hätte ich am liebsten auch ein Schild gehabt. Jetzt habe ich vergessen, wie das ging. Das war Leder, Mitte, Stock, außenrum. Leder, Mitte, Stock. Warte mal, ich habe Stöcke gesehen, glaube ich, oder? Ne, das ist am Pfeil. Scheiße. Ah, ne, ich habe Stöcke. Die Kuh, was symbolisiert am besten? Die Kuh. Aber eigentlich bräuchte ich das Weizen eher. Und das ist eigentlich für alle komischen Tiere, ne? Milchbuckets. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Du hast recht. Mein Milchheimer. Dann nehmen wir das mal. Dankeschön. Äh, genau das und das. Perfekt. Wir müssen ja herausfinden, wie man Futterdruck macht. Falls es das einen überhaupt gibt. Ich weiß es nämlich nicht. Oh Gott. Okay. Wolle, 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 Wolle. Ganz viel Wolle. Die Schafe sollte ich vielleicht mal miteinander bumsen lassen. Bumm. Tommisch. So, haben wir keine Schäfchen, die nützlich sind? Nein, haben wir nicht. Das sind alles graue Schläfchen. Was hat denn da in uns? Der Pistif war mein Grundstück. Oh oh. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Nein. Grüßes Fäfchen. Nein, 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 nein. Ich habe das falsch in der Hand. Hier. Hier lang. Uiuiui. Okay. Ah, ich kann das trinken. Aber ich habe nichts davon, oder? Hä? Moment. Hä, wieso habe ich nichts davon, wenn ich das trinke? Das ist geile Milch? Verdammt. Wieso habe ich nichts davon? Keine Buffs, kein gar nichts. Heiballen. Okay. Ah, interessant. Warte mal, ich habe ja noch ein bisschen Milch. Ich brauche Zucker, Eier. Dann kann ich ja nochmal... Ne, warte mal, wo ging der Kuchen nochmal? So, und Rohstoffe mache ich Weed-Zeichen. So, Werkzeuge. Mache ich die Axt. Und Blöcke... Naja, mache ich halt einen Block. Und das ist restliches... Das ist nutzvolles Zeug. Und das nutzvollste, das ich kenne, ist natürlich die Fackel. Also, meine Creeper machen auf jeden Fall Schaden. Das will ich auch so beibehalten, weil ich mag das nicht, wenn die die Umgebung nicht so stören. Ich meine, ich brauche ja Konsequenzen aus meinen Handlungen. Und einer meiner sehr oft vorkommenden Handlungen ist, mich einfach dämlich zu verhalten. Und das soll dem gefälligst bestraft werden. Sonst werde ich nicht draus. So, daraus kann ich ja Mehl herstellen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Boah, ist das eine Lautstärke hier. Kann ich irgendwas Neues herstellen? Ne, Recipes. Okay. Zucker kommt hier rein. Die Schüssel kommt hier rein. Die Eier kommen könnten. Ja, aber eigentlich kann ich die auch woanders rein tun. Okay. Ne, das stimmt Schicken. Ich ändere die Situation wirklich nicht. Ja, auf meinem eigenen Minecraft-Server. Ich weiß nicht. Das ist halt natürlich was anderes, wenn du halt wirklich Sachen bauen willst. Aber ich bin ja nicht so gut im Bauen. Ich bin eher der Fan des Überlebens. Der Überlebens-Kampfes. Warte mal, ich baue... Aua. Du dummes Stück. So, Fleisch haben wir gekocht. Das kann ordentlich punkte hängen. So, ich gehe mal nochmal Milch holen. So, Weizen. So, Weizen. Das haben wir hier gehabt. Wie die sich aber alle halt in der einen Ecke verkriechen, ne? Und statt mir hier rumzulaufen. So, wie sieht's mit meinem Feld aus? Sehen wir noch nicht ganz okay. Und das Huhn hat's wieder geschafft. Ich könnte ausrüsten. So, fangt nach außen. So, da haben wir Zucker. Das kann ich auch abbauen. Okay. Das ist dann... Was sind das für viele Mods? Wie das survivalmäßig passiert? Oder auch zum Bauen? Oder... Weil, was ich gerne hätte, weil ich momentan sauviel über Radioaktivität gelesen habe, wäre so ein Radioaktivitätsmod. Das mit Geigerzähler und keine Ahnung, was weiß ich was. Vielleicht mit Kernspaltung, Energie... Ich weiß ja nicht, ob es Lampen gibt. Ich meine, wenn es Lampen in Fallout gibt, ne? Wieso dann nicht hier? Das funktioniert so auch. Und ich meine, Minecraft-Modding-Szene ist ja gigantisch. Oh, krass. Oh, das ist ja cool. Hm. Ja, was mache ich denn jetzt? Äh. Ah ja, genau. Warte mal. Zucker kann ich ja hier reintun. Warte mal. Ich kann ja draus... Ist das das Papierzeug? Das, was ich gerade in der Hand halte? Ist jetzt perfekt. So, jetzt ist die Frage. Neue Rezepte. Nur ein Buch? Okay. Was kann ich mit dem Buch machen? Neue Rezepte. Ein Buchständer. Was zum Schreiben. Bücherregal. Genau. Ich versuche mal den Namen nicht auszusprechen, aber danke für den Follow. Äh. Okay, was habe ich denn hier Neues gekriegt? Wo haben wir es denn? Bookshelf. Bräuchte ich weitere zwei Bücher? Also brauche ich mal zwei Bücher. Was ist das? Lectern. Okay. Bookshelf. Habe ich die Dinger eigentlich gepflanzt? Ja, habe ich. Okay. Drakonik Generator. Was ist das denn? Solar und Temal. Boah, das hört sich halt jetzt mega geil an. Pfff. Hälter. Das war gar nichts im Vergleich zu dem, was ich gerade spiele. Ähm. Achso, jetzt. Danke. Äh. Genau, warte mal. Ich wollte jetzt eigentlich Bücher herstellen. Bücher brauche ich Haut. Haut habe ich. Aber wo ist... Hey, wo habe ich das buchen gelassen? Ah, da. So, und jetzt brauche ich die Bookshelves. Book and Quill. Wo ist denn das jetzt? Nö. 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 Da. Also Bücher, Bücher, Bücher und normale Holzteile. So, waren das auf der zweiten Seite, oder? So, und als nächstes kam ja dann dieser Ständer. Und dafür brauche ich die kleinen Holzdinger. Also mache ich das hier. Mache ich Holz. Und hier... Glaube ich 3... 3, so. So, und dann müsste ich eigentlich dieses Holzteil herstellen können. Genau. So, mal gucken. Habe ich jetzt ein neues Rezept freigespielt? Habe ich nicht. Okay, aber... Hauen wir mal das da hin. Brauche ich wahrscheinlich... Dieses Tintenzeugs... Und die Feder. Tintenzeugs habe ich, das weiß ich. Und die Feder habe ich draußen beim... Hühner... Bei der Hühnerkiste. Geh weg! Nein! Boah, ich hasse... Die scheiß Hühner gehen mir auf den Sack. Ah, 300 Motz. Oha. Ja, vielfalt glaube ich. Bei so einer Anzahl von Mods... Wenn es da keine Vielfalt geben würde, das wäre ja ganz schön blöd. Äh, äh... Genau. Buch und Quill wollte ich machen, ne? Was ist das denn? Black Die. Äh, wo ist denn das Buch? Nö. Nö. Nö? Nö. 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 Kann ich das schreiben? Jetzt verscheißt das, du Muihabar. Das schmeiß ich rein. Türen habe ich neue. Treppen. Da brauche ich nichts, da brauche ich nichts, da brauche ich nichts. Loom, ich weiß nicht was ein Loom ist. Smoker. Dark Oak Lock. Und ein Ofen. Und Oak Lock. So, ich muss erstmal den Ofen bauen, mein Fehler. So, und jetzt kann ich es produzieren wahrscheinlich. Smoker. Pfff, ich habe hier keinen Platz. Und da schmeiße ich was rein. Das da. Und was? Fisch wahrscheinlich, oder? Guckt. Hm. Ah ja. Drück auf Buch im Smoker. Danke für den Tipp Mario. Achso, okay. Das macht einfach praktisch nur andere. Also, der Smoker ist dann praktisch ein Ofen und das ist dann ein Schmelzofen. Sagen wir es mal so, oder? Also schmeiße ich da kein Essen mehr rein. He, 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 he. He, he, he. Okay, dann machen wir es anders. Warte mal, Spitzhacken brauche ich dafür wahrscheinlich. Ja, warte mal, ich muss jetzt mal Holz da reinballern. Hm, Smoker. Und da schmeiße ich mal ein Fenster rein. Ich habe kein Fenster. Okay. Aber Holz. Okay, cool. Das wusste ich auch nicht, dass es da eine Unterscheidung gibt zwischen dem einen und dem anderen. Oh, das macht einen wahnsinnig. Die ist gegackere und das gemuhle. Meine Güte. So, Pfeil und Bogen könnte ich eigentlich... Ich könnte auch mal... Ja, das... Ja, aber gut. Das ist halt ästhetisch, ne? Wenn man das halt schön aussehen lassen will, dann passt das schon. Jetzt wollte ich was ganz Bestimmtes tun, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Warte mal. Pfeil und Bogen. Genau. Pfeile, 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 Pfeile wollte ich probieren. Wie gehen denn hier Pfeile? Stein, Stick, Feder. Stein, Stick und Feder. Sticks habe ich. Also bräuchte ich die Federn. Also mit der Schleuse müsste ich es mal probieren. Ja, ich mach das einfach anders. Hausreister werden getötet. So, Samen. Kommt her. Kein Hühner. So, habt euch lieb. Warte mal, ich hau die Samen mal da rein, weil sonst wenn ich die tatsächlich wieder brauche, dann muss ich wieder woanders hin rennen. Ähm. Ich hatte was anderes eigentlich im Sinne. Ähm. Die Federn. Die ich nicht habe. So, wie viele Pfeile kann ich dann herstellen? 36 Pfeile. Okay. Munition schmeiße ich dann auch hier rein. Oh. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ah, okay. Aaaaah. Mhhh. Jetzt weiß ich immer noch nicht wie ich hier schreibe. Kann ich dann vielleicht einen Stift oder sowas hier erstellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber eine Armbrust. Typ Wirehook. Ich habe keine Ahnung, wie man das ganze Zeug herstellt. Ich mach mal Knöpfchen oder sowas, die kann ich auch erst mal bauen. Durch den Kopf kann ich nichts neues herstellen, echt? Tritt war ja, guck, ich weiß immer noch nicht was das ist. Kann ich wahrscheinlich noch gar nicht herstellen. Hey Bail. Stimmt, das ist Deko, das weiß ich. Aber ich bräuchte Weizen. Ich brauch nicht mal schlafen. Ich kann im Buch schreiben. Ja, aber ich habe nicht gecheckt hier wie. Also ich mache einen Restklick und dann kann ich nichts klicken. Ich kann nicht navigieren. Ich habe keine Ahnung. So, es wird Zeit, dass ich das hier alles leere. Also Essenszeug, das ist noch zum Kochen. Das kann man noch zum Kochen benutzen. Das. 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 Das Pflanzenzeug ist hier. Werkzeug ist da. Bestlicher Schmarrn ist hier. Und so das, 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 das. Werkzeug, äh, Schild. Blöcke, die da. Das brauche ich auch nicht, die Torches. Das ist animalisches Zeugnis. Das habe ich hergestellt. Das kam da hin. Wiederschmarrn. Wiederschmarrn. Und dann kann ich abbauen. Ich kann es noch nicht alles oben, aber es macht nichts. Ich brauche nämlich Weizen, ganz viel Weizen. Ach so, ich muss in die Hand nehmen und reinschreiben. Ich dachte, ich muss das auf dem Podest, also ich muss auf dem Podest schreiben. Das geht kaputt irgendwann, oder? Das ist doch ganz schön lang, ey. Ja, alles klar. Aber du weißt ja wichtig, Falke. Ich spiele ein Spiel und dann nach zwei Wochen spiele ich wieder was anderes. Deswegen, weiß nicht. Ich meine, auf dem Space Engineering Server war ich jetzt auch schon seitdem. Ich glaube, das letzte Mal war ich da mit dir drauf und das war vor zwei Millionen Jahren. Ah, okay. Feder. Ich habe da was Grünes rumlaufen sehen, oder? Das war ein Creeper, oder? Ups. Wer da ganz unscheinbar rum guckt. Ah, mir tut mein scheiß Handgelenk weh. Ach man. Hier bin ich. Gut. Hat sich das mit dem Creeper auch erledigt? Perfekt. Warte mal, wie viel habe ich gelootet eigentlich? Ich glaube gar nicht mal so viel. Moment. Ja, mir muss definitiv eine Pause anlegen. Mir tut mein Handballen weh, wie Sau. Ich glaube, ich habe es mir gerade verkrampft. ich bin es echt nicht mehr gewohnt eine maus in jahren zu nehmen seitdem ich arbeite und ich nur noch acht stunden am tag tippen das ist halt krass ich glaube gerade was angenehmer minecraft mit controller zu spielen ja da wächst schon mal was nach bevor ich überhaupt hier fertig bin bin gespannt ob das schon schon weizen ding steht bevor ich das alles erledigt habe weil ich bin gerade mal bei der hälfte sie verbräuchte fast fast 56 an mal locker 6 an samen sieben sticks ich glaube ich krieg noch die acht zusammen oder keine acht aber fast stimmt da wollte ich eigentlich holz rein tun helles holz so wie es aussieht ok mache ich gleich mal ok und Noch irgendwas? Also, ah ja. Samen, 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 Samen. So, zwei Minuten sterben müssen. Du. Und nur hinten. Ja, versteckst du dich hinter den Kühen? Was? Feige Sau. Feiges Hühnchen. Ha, 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 ha. Ich muss das töten. Hm. Walzen, 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 warte mal. hier kann ich eigentlich noch mal kommen bei herz und paren hopp die ame kuh hier total vereinsamt der pan sich halt und die kuh steht in der ecke wie in der disco immer also natürlich sollte man sich nicht in einer disco nicht fahren aber ja gott ist hier viel los ich brauche ich da weg vom eingang hier bin ich so die schafe alle grau das kann nicht sein wieso sind denn alle grau die bilder sind hier die marie fertig ist durch so scheiße falsches item in der hand so werkzeuge schwerter schild vielleicht brauche ich mal doch mal geschwert warte mal andersrum mir passt ich mache einfach drei schwerter und zwei davon habe ich hier rein so dann habe ich mein viertes und viel das im leben die hole ich mir das kann ich dann am anderen haus reinklatschen warte mal der machte richtig monster mit das ist schlecht das ist schlecht das ist schlecht das ist das zeichen für mich aufzuhören also ich meine ich bin verreckt fair natürlich also das ist ein halber ragequit aber ich habe auch einen schmerzquit gerade ich würde auch gerne mal tatsächlich ein tor finden naja ich verabschiede mich erstmal ich komme später vielleicht nochmal und muss mal gucken je nachdem was ich heute abmach ob es dann minecraft wird oder battlefield oder borderlands 2 oder spiele ich denn noch zurzeit oder sonst was anderes weiß ich nicht werden wir sehen aber ich glaube das wird minecraft wenn ich verspiele dann minecraft momentan habe ich voll bock drauf vor allem es gibt so viel neues zeug das ich nicht kenne naja also schönen nachmittag oder schönen mittag oder was auch immer bis dann tschülülülü